Oh ja, geht zur Luftabwehr-Rakete, oh, wo ist die Treppe? Ich finde die Treppe nicht. Da. Wir haben doch selber hier Granate, einfach unseren Scheiß. Was wollen wir denn da? Ne. War keine Luftabwehr-Rakete. Ist ihm aufgefallen, dass wir mit dem Sniper-Gewehr unendliche Munition haben? Boah, nö. Ey, ich habe auf jeden Fall jetzt gerade mit dem Raketenwehr unendliche Munition. Ja. Boah, fuck, das sagt halt ja. Man, oh, Junge, ist klar, Alter. Sanred, der kommt ja noch ganz da, ne? Ne, der ist jetzt auf. Was war noch? Ja. Wo? Hinteraus. Genau. Jetzt fliegt er natürlich genau in dem Moment. Boah, wie die Raketen von dem Nerven, Junge. Wow, stirb. Oh, was sind das für Blitz-Raketen, Mann? Das ist seltsam irgendwie, ne? Oh, der Typ blockt mich, Alter. Ey, die kommen irgendwie aus dem Nichts die ganze Zeit, was ist das? Ja, ja, das ist ein Hacker-Copter. Hacker-Copter sind was. Hacker-Copter. Ja. Die Frauen sehen irgendwie gar nicht gleich aus. Die Brille ist anders. Oh, User was moved to your channel. Hätte ich TeamSpeak gestern doch schließen sollen. Ja, das ist ja. Das ist ja so. Das ist ein Hacker-Copter. Aber es ist nicht zu late. Da ist noch Zeit, um Apollo zu holen und zu holen und zu holen. Das ist ja so. Ich weiß, was ist das für einen Käse. Ja, Kilbane. Keiner Frau hat mich durch die Wimpern und auf die Augen guckt. Murder Brawl. Mörderball? Hat der die eigentlich getötet? Ja, irgendwie so. Hat der die nicht nur geschlagen? Nein, der hat die doch so hochgenommen, dann ist der Kopf so zur Seite, als er so gedrückt hat. Ach ja genau, in der Garage deines Spiels steht in dieser Helikop... Boah, da müssen wir direkt hin. Weißt du, wir zerstören fünf davon und dann ist der in unserer Garage, oder was? Ja, das ist im echten Leben da auch so. Ja. Ja. Ich glaube, ich zerstere mal ein paar... Hier... Was kann man denn gebrauchen? A380 oder so. Ja. Ja, schön... Ah, Volture heißt der. Kannst du mit reinsteigen? Wahrscheinlich, ne? Finde nicht, ah ja. Jetzt schießt du. Ja, wo kann ich denn irgendwas anderes? Wahrscheinlich links und rechts, oder? Moment, erst mal, äh... Rechts sind wir. Warte, da. Hm. Oh, ich... du kannst auch mal deine Verbesserung machen hier. Da würde ich mich auch wieder was schaden. Doch auf mittlere Maustaste macht der Raketen. Äh... Gesundheit, Regeneration, äh... Kampf... Äh... Gut. Wieder bei dieser Roboter-Tusse, da... Ja, egal. Moment. Ja, eigentlich hat man ja so'n... so'n Klick, wenn man auf die mittlere Maustaste drückt, erst mal irgendwie weg. Du hast doch hier irgendwie so ganz viele Tausende Helikopter und so, die ich alle nicht hab, ne? Ich hab einen Jet, den du nicht hast. Nein, du hast es doch hier, äh... Noch so ganz... diese komischen Interceptor-Dinger oder so, noch alle, die ich alle gar nicht hab. Und den Jet, den ich nicht habe. Geschäft wird von vorne nach vorne. Etwas versperrt deinen Weg, geh mal weg da. Ich bin auch schon am Weg, ich warte hier auf dich. Ähm, ich hab Ultra... Ultra-Inceptor, Saints, VTOL, Spectrum... Ja, dieses VTOL, warum hast du das? Das war... egal. Komm jetzt hier. Ja, nun ist natürlich das Ding. Komm. Ey, ich weiß gar nicht, wie das Ding steuerbar ist. Ja, Shift, dann fliegst du hoch und wenn du F drückst, dann... Schön. Boah. Okay. Ich bin voll, oder? Achso, das Ding hat einen Laser. Boah. Du bist gar nicht so viel schneller als ich. Ah, jetzt. Ich wusste nicht, wie man Gas gibt. Arschloch. Dafür ist meins cooler. Äh... Kannst dich doch dran erinnern, weil wir letztens unter der Brücke waren. Mit diesen Teilen hier. Ja. Ey, ich bin kaputt. Warte, ich kann nicht beleben. Pfff. Hehehe. Ja, das... ich hing da aber auch irgendwie so komisch im Boden. Boah. Ich hab dich bei mir gerade schreien hören. Schon wieder. Ja, jetzt bin ich tot. Du bist so fang. Ich lieg... Ich lieg 35 Meter vom Ziel entfernt. Du hast noch 20 Sekunden. Halbester Zeit. Ja, wo... wo liegst du hier? Unter so einem komischen Sendeturm. 13. Ja, ich bin auch schon da. Du bist auch da. Ja, der Fallschirm ist abgegangen wegen dem Ding. Jetzt brennt mein Ding hier. Toll. Oh. Das ist leider. Geht die Tür einfach auf. Nee, nee, nee. Ja, ist nicht so einfach, ne? Krieg ich den angegriffen? Hä? Was sind denn für Waffen angegeben? Ach, die du da unten zur Auswahl hast. Ja. Damit wollen wir jetzt einfach ganz viele Leute töten. Ey, das Spiel ist so... Boah, da muss man so viel denken hören. Ist auf höchster Ebene komplex und tiefgängig. Einfach auf Auto schießen. Der Schrot findet ein paar Mal drauf und dann... Oh fuck, ich muss nachladen. Oh, man kann Granaten schmeißen. Ja. Es gibt Kombis. Aua. Fährt er mich einfach um. Ja. Leck mich am Arsch, ey. Bam. Ja, wenn der Kombi sitzt. Ey, läuft so Mr. Genki rum. Ja. Also das ist gar nicht so einfach. Boah, du wirst die ganze Zeit deine scheiß Granaten neben mich, Alter. Ja. 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 Irgendwie... Boah. Jetzt kommen wir wieder diese Speed-Dinger, ey. Ey, ich sag Genki boxe mich hier voll weg. Nehmt der mal noch. Ja man, der stimmt einfach nicht. Bah. Mich hauen die ganze Zeit diese beschissenen... Alter, Genki kann nicht sterben, der hat mich umgekickt, Mann. Lass mal lieber weglaufen hier. Oh. Ich bin gleich tot. Ey, die sind... Ah, that would have made God proud. Aber was habe ich gerade getan? Ich habe irgendwas zerstört. Ey, dieses Drecksvieh stirbt einfach nicht, Alter. Als sie das aufregt, wenn so eine behinderte Katze die ganze Zeit... Vor allem wie es läuft. Alter... Was Drecks trinken hier als auch die... Bam. Guck mal. Bam. Ja. Ja, klar. Kein Ding, ich stehe wieder auf. Ich glaube, der gehört zu uns, oder? Ne. Ja, deswegen tritt er mich auf die ganze Zeit. Also irgendwas läuft hier ganz gewaltig schief. Verbiss dich da. Bam. Hier müssten noch ein paar Gegner kommen. Da ist doch alles rot. Wo sind die denn alle? Boah, jetzt geh weg, du Vieh. Alter, ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir müssen mal wieder hier hin, wo mehr Leute sind. Ey, wie mich das Drecks wieder aufregt. Ja, wir müssen aber hier hin, wo Leute sind. Ja. Auf das Ding zu schießen. Und dann Kombis machen, oder so. Weil irgendwie wird das gerade... Hm. Ey, wir haben vielen Filschausen von zwei. Alter. Also mit dem Panzer war das einfacher. Ja. Ja. Hm. Ja, ich bin jetzt einfach hierbleiben. Das war zu langsam. Bam. Ja, wo sind die Leute hier? Die laufen alle weg. Warum nur? Wie soll man das denn schaffen, wenn hier gar keiner kommt? Schönen paar Autos. Ähm. Wie man einfach mal hüpft. Ja, wie die Autos nicht zerstören. Ja, überall dazwischen. Ich glaube, wir können jetzt alle Parken Autos hier kaputt machen. Bam. Vielleicht noch eins. Oh, wir dürfen nur in einem Bereich bleiben. Das ist aber scheiße. Ah, Tankstelle, Tankstelle. Pass auf. Das gibt bestimmt viele Punkte. Aber auch nicht. Ah, Twack. Aua. Ey, das schaffen wir nicht im Leben. Musst du gleich mal irgendwie besser aushalten. Ah, that would have made God proud. Ah, Mann, jetzt. Bam. 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 Schulbus. Die Kinder. Da gehst du viel vor. Da gehst du viele Punkte. Scheiß Polizei. Aha, jetzt kommen wieder wieder Polizeiautos hier. Oh, nicht fährt direkt einer um. Das würde knapp, glaube ich. Aua. Bah. Es wird sehr knapp. Ja, wir hätten das ja geschafft, wenn hier mal ein paar Leute gekommen wären. Die haben sich alle mal verpisst. Ey, dieses Genki-Ding hat einfach so abgefuckt. Get the fuck out of here! Ich glaube, wir schafften es nicht. Boah. Ey, sie hacken mich um. Ja, ist klar, ta. Ja. Na ja, ihr habt ein-drei Chancen. Ja, 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 ey. Nein. Mach jetzt nicht nochmal. Ich mach jetzt erstmal was anderes. Boah, jetzt sind die... Sind die jetzt ernsthaft immer noch hier? Oh, ne, ey. Okay, was haben wir noch? Versicherungsbetrug abgreifen. Nach einem abgreifen. Ah, ich hab grad drüber gesprollt. Das ist weggegangen. So. Gib dich zur Simons Wohnung. So. Haben wir schon ein Telefon, wo wir irgendwen anrufen können hier? Ne, wir können nur... Ah, dann brauchen wir uns ein Auto. Moment, Moment, Moment. Gucken, was ich hier habe. Ja, hab ich auch. Angriff! Boah. Aua. Oh. Ich bin tot. Verrast. Ja, komm, wir müssen uns mal ein Auto suchen und dahin gehen. Ja, ich kratze jetzt ab. Die müssen wir weg. Moment, ich habe ein Auto. Ja, ich habe hier auch so einen Straßenkehrer. Ja. Oh, voll auf die... Moment, ah, das Auto da ist cool. Nein, Mann, jetzt kommt... Boah, Alter. Komm her. Wie kann man hier eigentlich auf diesen Autos surfen? Geht das? Alter, wie unlogisch, wenn man driftet. Wah, irgendwas war das denn? Ja, irgendwie gibt es hier sowas, dass man auf den Autos steht und so darauf surft. Wie... Wie ist der Zeug? Ah. So, ich hab dich nicht an. Ey, war das nicht, äh... Wie heißt das noch? Oder irgendein anderes Spiel? Nein, das war hier. Das war in diesem, äh... Bloop-Video, oder wie es heißt, wo die ganzen lustigen Sachen... ... waren. Hab ich dir das gezeigt? Hm. Hö, der ist gerade weggeflogen, obwohl wir da gar nicht da waren. Also das ist ein bisschen seltsam... Ja, als ob hier so eine Bandai von der Straße schwerer machen könnte. Kommt doch nicht die Polizei, nee. Ach, da war sie. Boah, es ruckelt gerade eben jetzt bei mir. Es ruckelt? Ja, also, wir sind hier und auf einmal sind wir irgendwie so, okay, zehn Kilometer weiter. Also, Internet. Ja, ja. Okay. Ja, das Spiel an sich läuft. Ah! Auch sowas, der war noch Kilometer von seinem Auto weg von mir. What the... Die erscheinen auf einmal. Ja! Lenk rüber, ey, Arschloch. Wie weit ist das denn hier immer? Ja! Ja! Als ob so ein Motorradfahrer ist. Toll. Das bei GTA 4 war das besser gewesen. Ey, ist auch nur was hinterm Zerrucke.